Ist alles okay? Hey, ist alles okay? Ich weiß auch nicht, ich glaube, ich hatte gerade ein Déjà-vu oder sowas. Das hört sich jetzt vollkommen absurd an, aber... Ich habe genau das hier letzte Nacht geträumt. Das Licht hat geflackert, es gab einen lauten Knall und dann war plötzlich alles dunkel. Und irgendwie war die Welt zu Ende. Die Welt war zu Ende? Ja, keine Ahnung. Es war einfach dunkel und es ist nicht wieder hell geworden. Ich hatte so ein eigenartiges Gefühl. Als ob das gut ist. Dass alles vorbei ist. Als ob man plötzlich frei ist von allem. Kein Wollen. Kein Müssen. Unendliche Dunkelheit. Kein Gestern. Kein Heute. Kein Morgen. Das solltest du dringend untersuchen lassen. Vielleicht sind das die Hormone. Wenn die Welt heute untergeht und ihr hättet einen Wunsch frei, was würdet ihr euch wünschen? Eine Welt ohne Winden. Darauf stoßen wir an. Ja. Eine Welt ohne Winden. Eine Welt ohne Winden. Sieht so aus, als ob Winden nicht so einfach gehen will. Vielleicht ist es ja auch besser so. Habt ihr schon einen Namen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich finde Jonas einen schönen Namen.